Die roten Schuhe – verzweifelter P-Dance im Club Das Wochenende ist für Fiona eine gute Gelegenheit, den neuen, absolut angesagten Club der Stadt zu testen. Sie amüsiert sich prächtig, jedoch füllen die Getränke ihre Blase rasant. Am Schluss findet sie sich in den Armen dieses unerhört gut aussehenden Typen wieder. In einer Fotokabine mit einem urinnassen, tropfenden Höschen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de